Der Spiritenname Darsini Devi. Darsini Devi bedeutet die Göttin Darsini oder auch die Göttin, die lehrt und die sieht. Darsini auch diejenige, für die die Göttin lehrend ist und sehend ist. Diejenige, die ihr Visionen gibt. Darsini heißt Göttin, Darsini heißt die Sehende, die Lehrende, diejenige, die sieht, diejenige, die beobachtet. Diejenige, die Darshan, also die Weltanschauungen und die Philosophiesysteme versteht. Aber sie ist auch diejenige, die Vision und Schau Gottes hat. Darsini Devi, auch diejenige, die hinter die Dinge schaut, die tiefer schaut, die Dinge in ihrer Essenz erfasst. Sowohl intellektuell, als auch intuitiv, als auch mit ihrem Herzen.